... restauriert zusammen mit der Denkmalpflege und dass wir uns aus Gewohnheit gehen zu Ehren und je nachdem, es ist 91, schickt sie es dem in den Markt, wo jetzt eigentlich den Job macht. Was kommt daher schon? Und es gibt auch Leute, die sind zufrieden und es gibt Leute, die sind weniger zufrieden, also das haben wir auch. Der Unterschied ist natürlich der Frau von Salis macht das als Hobby, sie kauft sich, sie küsst als Hobby quasi und taucht sie aus. Ich finde das sehr anerkennenswert, das ist ganz klar, dass das Tier verfallt und für uns ist natürlich, seitdem die Grundsteinlegung ist, das ist immer im Bauch.